Gerard Piqué macht seine neue Liebe offiziell. Der spanische Ex-Fußballprofi hat via Instagram zum ersten Mal ein Pärchenfoto mit seiner neuen Freundin veröffentlicht. Darauf schmiegt sich Piqué an eine junge, blonde Frau. Eine Bildbeschreibung gibt es nicht, aber der Schnappschuss spricht auch für sich. Bei der Frau soll es sich um Clara Chiamatti handeln, eine PR-Studentin. Im Sommer 2022 wurde bekannt, dass sich der ehemalige Fußballer von der Sängerin Shakira getrennt hat. Mehr als zehn Jahre waren die beiden ein Paar, zwei Söhne stammen aus der Beziehung. Nach der Trennung wurde Piqué immer wieder mit einer jüngeren Frau gesichtet. Auch in einem neuen Song scheint sich Shakira direkt an ihren Ex und dessen neue Partnerin zu wenden. Sie sei so viel wert wie zwei 22-Jährige, so die Sängerin darin. Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht, singt sie.